Historische Stadt Marathon evakuiert aufgrund von Waldbränden in Griechenland Die Waldbrände in Griechenland haben bereits zu massiven Zerstörungen geführt und bedrohen nun auch die historische Stadt Marathon. Die Einwohner wurden evakuiert, um sie vor den Flammen zu schützen. Die griechische Regierung hat den Ernst der Lage erkannt und der Premierminister hat seinen Urlaub abgebrochen, um sich um die Situation zu kümmern. Die Feuerwehr und Rettungskräfte kämpfen unermüdlich gegen die Brände an, aber die trockenen Bedingungen und starken Winde erschweren ihre Arbeit. Die griechischen Behörden rufen die Bevölkerung zur Vorsicht auf und fordern sie auf, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Es ist eine traurige Realität, dass Waldbrände in Griechenland immer häufiger auftreten und jedes Jahr zu Verlusten von Menschenleben und Eigentum führen. Es ist wichtig, dass Maßnahmen ergriffen werden, um diese Brände zu verhindern und die Bevölkerung zu schützen. In dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass die Menschen zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Griechenland, die von den verheerenden Bränden betroffen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017